Ahoihoi! Na, wie geht's euch, ihr Dredge-Verrückten? Habt ihr Bock auf Seemonster? Ja, ne? Achso, ne, da kann ich nur angeln. Ich bin zufrieden damit, wenn wir außenrum fahren. Wer hier ist ein Piler? Wenn das Piler ist, dann verstehe ich aber auch, warum hier so viele Schiffe gestrandet sind. Was bist du denn für ein Ahoi? Einer, den ich nicht angeln kann und nicht angeln will, ich gehe. Cool, eigentlich könnte ich ja mein Netz draußen lassen. Ich bin ja eh auf dem Weg nach Klein- und Großmark. Forschungsteil, finde ich sehr gut. Ich habe das Gefühl, hier schläft irgendwo ein riesiges. Seemonster. Vor dem wir auch irgendwie alle Angst haben. Gabel ja auch. Äh, Forschung. Ja, dann nehme ich mal die Flachwasser-Hitzeresistente Leine. Ja, dann hatten wir... Glaub ich es noch rüber zu fahren? Ich bin ja schnell. Im Notfall kann ich auch drüben können. Oh, aber hier gibt es besondere Versionen. Gut, Kalmar. Tentakel sprießen aus einem leuchtenden Kern, der in einer... ...in einem gallertartigen Sack ruht. Daneben liegen weitere schlafende Kerne. Ne, dann fahre ich morgens für nach Kleinmarkt. Das ist es mir nicht wert. Hier kann ich aber nicht handeln. Nein, morgen spiel habe ich gezeigt. So. Ich meine, hier im Becken von Klein- und Großmarkt sehe ich erst mal relativ wenig Böses. Ich hoffe zumindest darauf. Oh, da habe ich richtig Zaster gerade gemacht. Ja, da ist... Warum ist mein... ...mein Ziel genau in der Mitte des Beckens markiert? Ja. Der wollte irgendeine besondere Art von Makrele haben, ne? Schlangenmakrele. Schlangenmakrele habe ich aber bisher keine gefunden. Stachel-Aal. Ein gebrochenes Rückerpizza gebunden. Eine Reihe schärfer Zähne, die auf Brache aus sind. Hier durch so enge Gebiete fahren, ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man so ein schnelles Boot hat. Je schneller man ist, desto weniger wendig ist man. Delfine. Delfine. Ich mag Delfine. Ja. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich hier auch den Krabbenkopf gerade mal auswerfen. Jetzt noch großartig loszufahren ist keine gute Idee. Ich fische jetzt nur noch hier in der Nähe. Ah ja, verrottender Königslachs, den hatten wir schon mal. So, Tigermakrele, ein bisschen Kabeljau und so ein Rotbarsch sind okay. Jetzt bin ich am überlegen, sie verkauft hier auch in der Werft Sachen, wie zum Beispiel Forschungsteile. Ich glaube, ich nehme ein Forschungsteil mit oder zwei. Komm, ich nehme sie alle beide. Dann kann ich nämlich direkt hier die Antiwehrleine erforschen. Dann brauchen wir noch eins für die andere Leine. Ich will ja eh die Leine hier haben, beziehungsweise eigentlich will ich das große Teil hier drüben haben, aber ich glaube, das werde ich nicht unterkriegen. Achso, ich habe nicht alles repariert, ne? Sekunde. Das war doof. Jetzt hätte ich, bevor ich mit Geld um mich werfe, vielleicht zuerst tun sollen. So, wie sieht es eigentlich mit Krabben aus? Das werden wir auch direkt verkaufen können, ne? Ich bin ja speziell hier drüben, um mit versunkenen Schiffen zu gucken. Aha, das ist Zeug, das ich brauche. So, davon habe ich nichts mehr. Alles verbraucht. Jetzt habe ich hier nochmal Fisch. Da muss ich gleich wieder auf den Rückblick machen. Hier war der Altar, zu dem wollte ich nochmal gucken gehen. Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Taschenkrebs. Die drei Krabben zittern, ihre Beine stehen in seltsamem Winkel ab. Obwohl sie längst tot sind, werden sie von einer unsichtbaren Macht gelenkt. Die Krabben kriechen über den Altar und verschwinden in Rissen im Stein. Plötzlich springt der massive Stein in zwei Hälften und enthüllt eine verborgene Kammer. Rachen der Tiefe. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Rachen der Tiefe genau ist, aber ich habe ihn. So, als erstes zum Schwimm-Dock. Da können wir nämlich mal ein bisschen was abgeben. Zack. Zack. Das ist da weg. Holz weg. Anomalienbonus 10%. Okay. Das ist ein Netz. Okay. Erstmal zum Fischmarkt. Ah, nee. Du bist ein Käfig. Okay. Das ist die Antivir-Leine, die wir neu hätten. Okay. 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 Wenn es hier viele Krabben gibt, dann werfe ich hier den Rachen der Tiefe mal aus. Ich denke, ich habe vergessen, die aus dem Netz zu holen. Jetzt gefangen wieder so eine Bart-Makrele. Aber keine Schlangen-Makrele. Orcas sind leider keine Tiere, von denen man weiß, dass sie sich mit Riesenfraken prügeln. Was hätte ich gesagt? Wir nehmen die Orcas mit. Das waren das Potwale, ne? Ich glaube, Potwale legen sich mit den Viechern an. So, was habe ich eng als im Netz? Oh, ich habe einen Schlafbarsch. Wirbelnde Formen in wulstigen, milchigen Augäpfeln. Ein nicht scheuer Geselle. Perfekt gerüstet für die Jagd unter Wasser. So, auf der Rückseite weiß ich, lagen Schiffe. Da will ich auf jeden Fall gucken gehen. Okay, das ist ein Stück. Das ist Lager. Du stehst inmitten eines Lagerplatzes. Die Blut des Lagerfeuers ist sehr kalte, doch die Asche wird noch vom Wind verweht. Ich gucke mal nach Fußspuren. Du findest keine Fußabdrücke, aber merkwürdige Symbole, die jemand in Nähe des Staubes geritzt hat. Manche wurden hastig mit dem Fuß verwischt. Okay. Das Zelt besteht aus einem Stück Stoff, das über ein paar Äste gehängt wurde. Im Inneren ist nichts außer einer flachen Mulde im Schmutz, wo wohl jemand geschlafen hat. Das Lagerfeuer. Auf den verkohlten Scheiten des Lagerfeuers liegt ein großer, flacher Stein. Aus der Asche starken eine Handvoll kleiner Fischgräten. Tritt in die Asche. Du trittst in die Asche. Am Grund des Haufens befindet sich etwas Hartes. Du wiesst die Reste beiseite. Okay, bedeutet aber auch, ich kann diese Angel erforschen. Damit können wir die Angel, die zumindest besser ist als unsere, kriegen. Wenn wir mehr Forschungsteile bekommen. Und wir haben hier einen Ort, an dem wir pennen können im Notfall. Und Sachen eventuell an unser Lager schicken. Weil es ist ja schon recht spät. Da einen Platz zum Lagern zu haben, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Einmal geht noch. Oh, ich kann das hier nicht ins Lager schmeißen, das Zeug. Ah, da habe ich die neuen Viecher, die habe ich hier schon vorgelesen. Ja, dann pennen wir bis morgen früh. Dass wir von hier aus nicht ans Lager kommen, gefällt mir nicht. Ja, dass wir hier noch ein bisschen Stoff finden, finde ich gut. Weil für unsere nächsten Upgrades werden wir es garantiert brauchen. Auch wenn mir Forschungsteile zur Zeit ein wenig lieber wären. Ich kann nichts dafür gemacht haben, dass ich da gegen die Kneipe bin. Ich kriege noch ein bisschen Holz, dann könnte ich wieder zurückfahren. Weil ich fahre noch ein bisschen um die Insel rum. Und die Sturmklippen rein, will ich eigentlich nicht. Ja, das kann ich nehmen als Aufkürzung. Alles einlagern, was Brett reinigt auf dem Baum ist. Oh, mein Inventar ist langsam voll. Also unschön. Dann zum Fischmarkt. Alles, was wir so gefangen haben, verkaufen. Find ich nicht gut, dass unser Inventar langsam voll ist. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Ding zu kaufen. So ungern ich das auch mache. Dann legen wir kurz nochmal ab. Kaufen die Seespinne. Kauschen mich ans Lager. Verkaufen hier den Lachs. Gehen an die Werft. Reparieren alles. Gehen ans Schwimm-Dock. Und holen uns den... Oh, wir können uns den neuen Rumpf nicht mehr holen. Das war allesamt zu teuer. Ja, dann bleiben wir wohl noch ein paar Tage hier. Habe ich gedacht. Und dann... Das war alles Whoever. Ja... Das ist ja hier. Und wir angeln uns einen kleinen Lager, wie wir ihn richten. Lebensunterhalt. Ich meine, die Seespinne gibt ja ganz gut Geld. Wenn wir zehn von den Seespinnen kriegen, sind wir gut dabei. Ja, dann fahre ich halt noch mal raus, hilft ja nichts. Ah, da brauche ich ozeanisch, sonst komme ich da nicht dran. Und das sind, glaube ich, die Schlangenmacktellen. Ich will da nicht rein. Ich fange 200 Fische, 250 Fische mit der Angel, da habe ich ein Achievement gekriegt. Ja, den Preis kriege ich nicht, aber das darf ich nicht. Ja, der Altar ist hinüber. Der ist zu groß, den kann ich nicht mitnehmen. Reizen wird es mich zwar schon, da wieder reinzufahren, aber ich glaube, das geht nicht gut aus. Da nehme ich nur Schäden. Na, 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 na ja. Der Fisch hat Glück, er wird zurückgeworfen. Auch wenn Ray mich aufgeklärt hat, dass man Fische nicht zurückwirft, weil das sogar verboten ist, zu angeln, um Fische zurückzuwerfen. Und man sollte auch nur das, was man braucht, halt nehmen. Ja, das ist klar. Das sollte klar sein. Wir angeln hier ja nicht, um es zurückzuwerfen, sondern wir angeln ja hier, um zu handeln. Und ich werde wieder angerufen. Dann beenden wir den Part an dieser Stelle. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Dredge. Bis dann, euer Wolf.